Tag 404. Heute fanden die heftigsten Kämpfe im Osten statt. Aufgrund der jüngsten Schneefälle und des Regens verlagerten sich alle Kämpfe von den Feldern in die Stadt. Die Russen nutzten die erhöhte Verfügbarkeit der Artillerie und konzentrierten ihr Feuer auf den zentralen Teil der Stadt. Dieser Einsatz der Artillerie machte jedoch ihren eigenen Angriffseinheiten ein Strich durch die Rechnung, denn es entstand lediglich ein Trümmerhaufen, der die ukrainischen und russischen Stellungen trennte. Letztes Mal habe ich euch berichtet, dass die russischen Streitkräfte neue Gewinne im zentralen Teil der Region erzielten und begannen, nach außen zu expandieren. Ich habe euch auch gesagt, dass die Ukrainer immer dann, wenn sie gezwungen sind, sich zurückzuziehen, versuchen, wichtige Gebäude zu vermienen und zu sprengen und die Russen daran zu hindern, ihre taktische Position zu verbessern. Gestern Abend gab der Chef der Wagner-Truppen, Prigoshin, bekannt, dass sie erfolgreich eine weitere Straße im Zentrum der Region erreicht und die vollständige Kontrolle über das Rathaus erlangt und die russische und die Wagner-Flagge auf dem Rathaus gehisst hätten. Später stellte sich heraus, dass das Rathaus vollständig zerstört worden war und die russische Flagge auf dem Schutthaufen lag. Bislang ist nicht bekannt, ob es durch eine Explosion, Artillerie oder andere Mittel zerstört wurde. Es ist möglich, dass die Mauern aufgrund der schweren Kämpfe dem Feuer nicht standhielten und einstürzten. Und die Kämpfe im zentralen Teil der Stadt sind unglaublich heftig. Die Wagner-Truppen müssen um jedes Haus kämpfen, das ihnen im Weg steht. Und jedes Gebäude ist eine gut befestigte Stellung, denn die Ukrainer haben bereits im Dezember damit begonnen, an den Hauptstraßengräben auszuheben. Der Leiter der Wagner-Truppen, Prigoshin, sagte, dass das Tempo des Vormarsches langsam ist, weil jedes Fenster ein potenzieller Schusspunkt oder ein Maschinengewehrnest ist, das die Ukrainer jederzeit beziehen und nutzen können. Aber auch die Ukrainer stehen unter schwerem Beschuss. Deshalb sind alle Straßen mit Trümmern bedeckt. Aufgrund des ständigen Artilleriebeschusses durch die Russen sind die Ukrainer immer auf der Flucht, wenn sie aus ihrer Deckung kommen, selbst wenn sie sich nicht in der Kampfzone befinden. Die jüngste Verschlechterung der Wetterbedingungen hat den Russen sehr geholfen. Da Infanteriekämpfe auf den Feldern fast unmöglich wurden, konnte die gesamte russische Artillerie in der Region ihr Feuer nur auf Bachmut konzentrieren. Durch den verstärkten Beschuss verkürzte sich die Nutzungsdauer der Gebäude, die die Ukrainer als Deckung nutzen, rapide. Dies ist der Hauptfaktor, der zu den jüngsten russischen Erfolgen im zentralen Teil der Stadt beigetragen hat. Im südlichen Teil hält die ukrainische 93. mechanisierte Brigade weiterhin die Stellung. Jüngste Aufnahmen zeigen, dass sie sich aktiv verteidigt und versucht, russische Stellungen anzugreifen, wann immer dies möglich ist. Heute halfen Drohnenoperatoren der 93. mechanisierten Brigade dabei, einen weiteren russischen Trupp auszuschalten, der sich in einem Haus am Stadtrand verstecken wollte. Die ständige gute Koordination zwischen Drohnen und Artillerieeinheiten hat bereits zur Ausschaltung von hunderten, wenn nicht tausenden von russischen Angreifern allein in den südlichen Vororten geführt, da sie über einen längeren Zeitraum hinweg täglich neue Aufnahmen von solchen Operationen veröffentlicht haben. Im nördlichen Teil der Stadt finden die heftigsten Kämpfe auf dem Gebiet des Industriegebiets statt. Kürzlich veröffentlichtes Filmmaterial zeigt, dass die Kämpfe in den Hallen in der Sadovi-Provoluk 4 stattfinden. Die Aufnahmen zeigen auch deutlich, warum es so schwierig ist, von einer Halle zur anderen zu gelangen und warum die Angreifer in der Regel viel höhere Verluste erleiden als die Verteidiger. Ukrainische Kämpfer des ersten Grenzkommandos haben Löcher zwischen die Betonplatten gebohrt, um Granaten hindurchzuwerfen und mit Gewehren und sogar Panzerfäusten zu schießen. Insgesamt begünstigen die wechselnden Wetterbedingungen eine rasche Intensivierung der Kämpfe innerhalb der Stadt, da dies der einzige Ort ist, an dem sie fortgesetzt werden konnten. Die veränderte Lage ermöglichte es den Russen, das Artilleriefeuer auf einen Ort zu konzentrieren, anstatt auf zahlreiche Ziele entlang der Flanken und ein konzentriertes Feuer begann, Häuser viel schneller zu zerstören. Nichtsdestotrotz halten die Ukrainer die nördliche und südliche Frontlinie sehr stabil. Die begrenzten Gewinne, die die russischen Streitkräfte durch die vollständige Zerstörung des Gebiets erzielen konnten, könnten sich zu ihrem größten Handicap entwickeln. Als sie die Häuser vor ihnen in Schutt und Asche legten, wurden sie eher zu einem zusätzlichen Hindernis für die Angreifer als zu einer nützlichen Position, in der sie sich verstecken können. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.